Sternengeschichten Folge 616 Verschwundene Sterne Zwischen den 1950er und den 2020er Jahren sind ein paar tausend Sterne vom Himmel verschwunden. Das klingt mysteriös. Das ist auch ein bisschen mysteriös, wie wir in dieser Folge hören werden. Aber um zu verstehen, was daran mysteriös ist, muss ich zuerst einmal erklären, worum es hier eigentlich geht. Ein Stern, der verschwindet, ist erstmal kein Rätsel. Wir wissen, dass Sterne nicht ewig existieren können. Wenn der Wasserstoff durch die Kernfusion im Inneren eines Sterns aufgebraucht ist, dann kann der nicht mehr so leuchten, wie er das Millionen oder Milliarden Jahre lang getan hat. Und was dann passiert, habe ich hier schon oft erzählt. Je nach Masse des Sterns wird daraus entweder ein weißer Zwerg, also ein Objekt so groß wie die Erde, in dem keine Kernfusion mehr stattfindet, oder aber es gibt eine Supernova-Explosion und übrig bleibt vom Stern nur ein schwarzes Loch oder ein Neutronenstern. Dann ist der Stern zwar kein Stern mehr, in dem Sinne, wie wir Stern definieren. Es handelt sich also nicht mehr um ein Objekt, in dem für eine relevant lange Zeit durch Kernfusion Wasserstoff in Helium umgewandelt wird. Aber das, was aus dem Stern geworden ist, ist nicht unsichtbar. Weiße Zwerge sind zwar vergleichsweise klein, aber immer noch enorm heiß und leuchten entsprechend. Wir können das beobachten und wir haben weiße Zwerge beobachtet. Eine Supernova-Explosion gehört zu den hellsten Ereignissen im Universum. Die kann man definitiv beobachten. Und wenn ein Neutronenstern übrig bleibt, dann ist der zwar schon schwer zu sehen, aber auch das haben wir schon geschafft. Okay, ein schwarzes Loch kann man tatsächlich nicht sehen, zumindest nicht direkt. Aber die Supernova-Explosion, die davor stattfindet, die hätten wir nicht verpasst. Wenn zwischen 1950 und jetzt ein Stern also verschwindet, ohne dass wir eine Supernova gesehen haben und auch keinen weißen Zwerg oder irgendwas anderes gesehen haben, dann ist es durchaus etwas, was man sich genauer anschauen sollte. Im Jahr 2020 hat sich das Projekt WASCO gegründet, unter der Leitung der schwedischen Astronomin Beatrice Villarroel zusammen mit diversen Forscherinnen und Forschern aus Schweden und Spanien. WASCO steht für Vanishing and Appearing Sources During a Century of Observations, auf Deutsch so viel wie Verschwundene und aufgetauchte Quellen während eines Jahrhunderts an Beobachtungen. Es geht dabei darum, alte Aufnahmen des Himmels mit neuen zu vergleichen und nach Unterschieden zu suchen. Das klingt einfach, ist am Ende aber doch ziemlich kompliziert. Beim WASCO-Projekt hat man mit dem Palomar Observatory Sky Survey, kurz POS, begonnen. Das ist eine Himmelsdurchmusterung, die zwischen 1948 und 1958 an der Palomar Sternwarte in Kalifornien durchgeführt worden ist. Warum man solche Durchmusterungen macht, das habe ich ja schon in den Folgen 370 und 441 ausführlich erklärt. Aber es ist ja auch nicht schwer zu verstehen, warum man sich die Mühe macht und einfach mal alles fotografiert, was man am Himmel sehen kann. Genauso wie wir Landkarten brauchen, brauchen wir auch möglichst gute Himmelskarten, wenn wir irgendwas in der Astronomie erreichen wollen. Und POS hat den nördlichen Himmel komplett abgedeckt und dafür insgesamt 936 Fotoplatten belichten müssen. Digitale Aufnahmen, die gab es damals natürlich noch nicht, heute aber schon. Und weil durch Musterungen des Himmels so enorm wichtig für die Astronomie sind, haben wir sie immer wieder gemacht und mit immer besseren Instrumenten. 2019 ist die Pan-Stars-DR2-Datenbank veröffentlicht worden. Wieder ein Projekt eines großen Teleskops, das sich alles am Himmel angeschaut hat. Und in dieser Datenbank gibt es immerhin 10 Milliarden Einträge. Gut, nicht alles davon sind Sterne, bei Weitem nicht. Und es gibt auch noch diverse zusätzliche Informationen, weswegen die Zahl der Einträge so groß ist. Aber auf jeden Fall hat man da schon mal mehr und bessere Informationen drin als im alten Postkatalog. Und im 2022 veröffentlichten Gaia-DR3-Katalog, der mit dem Weltraumteleskop Gaia erstellt worden ist, finden sich tatsächlich 1,8 Milliarden Sterne, mehr als in jedem anderen Katalog zuvor. Diese drei Kataloge, die sind im Wasco-Projekt abgeglichen worden. Und man kann sich vorstellen, dass das keine einfache Aufgabe ist. Das muss natürlich automatisiert laufen. Und man muss natürlich auch berücksichtigen, dass zwischen den Aufnahmen früher und heute ein paar Jahrzehnte vergangen sind. Man muss die Koordinatenangaben entsprechend umrechnen. Man muss berücksichtigen, dass man es im einen Fall mit analogen Fotografien zu tun hat und im anderen mit digitalen Daten und so weiter. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass sich Sterne bewegen. Jetzt nicht so viel, dass es auf den Bildern groß auffällt. Aber wenn man genau sein will, und das will man hier ja, dann muss man das beachten und darf jetzt nicht nur an der exakt selben Stelle des Himmels suchen. Weil dann wird man den Stern nicht finden. Der ist schon ein bisschen woanders. All das und noch viel mehr haben die Forscherinnen und Forscher natürlich gemacht und entsprechend in automatische Such- und Abgleichprogramme eingebaut. Und nach einer ersten Analyse hat man immerhin 298.165 Objekte entdeckt, die im alten Postkatalog drin waren, in den neuen aber nicht mehr zu finden. Das sind ziemlich viele. Aber man hat das Ganze noch mit zusätzlichen Daten aus weiteren Katalogen abgeglichen und hat dann die Zahl auf 9.395 reduziert. Also fast 10.000 Sterne, die in den 1950er Jahren fotografiert worden sind, waren in den modernen Katalogen nicht mehr zu finden. Fast 10.000 verschwundene Sterne, das ist eine Menge. Im nächsten Schritt hat man also geschaut, ob es sich vielleicht bei manchen dieser verschwundenen Sterne vielleicht gar nicht um Sterne handelt, sondern um Asteroiden. Weil bei diesen Durchmusterungen geht es ja vor allem darum, möglichst viele gute Bilder des Himmels zu machen. Da wird alles fotografiert, was am Himmel gerade zu sehen ist und man hat nicht die Zeit, die ganzen Millionen Lichtpunkte auch im Detail zu analysieren. Es kann also gut sein, dass ein paar der Lichtpunkte aus den alten Katalogen in Wahrheit Asteroiden in unserem Sonnensystem waren, die halt auch gerade im Bild waren und auf den ersten Blick so ausschauen wie Sterne. Aber die haben sich dann weiter bewegt und in den neuen Datenbanken sind die nicht mehr drinnen zu finden. Aber auch das kann man mit ein bisschen Aufwand entsprechend prüfen und dieser Prozess hat die Zahl der verschwundenen Objekte auf 9.206 reduziert. Eine weitere Prüfung der Daten hat sich mit der Veränderlichkeit beschäftigt. Wie gut eine Durchmusterung ist, das hängt ja auch von der Genauigkeit des Teleskops ab, mit dem sie gemacht wird und mit dem, was das Teleskop noch sehen kann oder eben nicht sehen kann. Es gibt jede Menge Sterne, die ihre Helligkeit periodisch verändern. Das habe ich in den Folgen 64 und 65 ausführlich erklärt. Wenn ein Stern jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme in den 1950er Jahren gerade hell genug war, um fotografiert zu werden und bei den modernen Durchmusterungen aber gerade in einer dunkleren Phase, wo er dann nicht mehr auftaucht auf den Bildern, dann kann es so aussehen, als wäre er verschwunden. Auch das kann man probieren, mit diversen Datenbanken abzugleichen, dort wo eingetragen ist, welche Sterne auf welche Art veränderlich sind und dann, in dem Fall, kriegt man 35 der verschwundenen Objekte, auf die das zutrifft. Es bleiben aber immer noch 9.171 verschwundene Sterne übrig. Aber es gibt ja noch die Artefakte und damit ist jetzt nichts Außerirdisches gemeint, sondern schlicht alle möglichen Bildfehler, optischen Fehler, Kratzer auf den alten Fotoplatten und so weiter. Fehler, die beim Digitalisieren der Daten gemacht worden sind. All das kann so ausschauen, als wäre es ein Stern, so ein Bildfehler und wenn der Fehler in der anderen Durchmusterung nicht mehr auftritt, dann schaut es so aus, als wäre dieser Stern weg. Ja, das kann man meistens sehr leicht erkennen, wenn man weiß, wonach man sucht, aber wenn man es nicht weiß, dann kann es durchaus so aussehen, als wäre da ein Stern verschwunden. Also hat man auch das nochmal sehr genau geprüft und das war sehr effektiv. Das hat die Zahl der verschwundenen Sterne auf 5.579 reduziert. Jetzt könnte sich der eine oder die andere fragen, wie ist denn das mit den Satelliten? Das kann ja auch sein, dass da auf einer alten Aufnahme ein Satellit drauf ist und auf einer neueren nicht. Und prinzipiell ist das ein guter Einwand, aber der erste Satellit, den wir überhaupt ins All geschickt haben, den haben wir 1957 gestartet. Das war Sputnik und zu dem Zeitpunkt war der überwiegende Teil der Aufnahmen des Peloma Observatory Sky Survey schon fertiggestellt. Eine allerletzte Prüfung hat dann noch geschaut, ob es Sterne gibt, die sich deutlich schneller bewegen als üblich und die sich in der Zeit zwischen den alten und neuen Durchmusterungen überdurchschnittlich weit bewegt haben und damit von den automatischen Programmen nicht als derselbe Stern erkannt worden sind. Und so sind am Ende noch 5.399 verschwundene Sterne übrig geblieben. Und die sind jetzt tatsächlich das Rätsel. Bei diesen 5.399 Objekten hat es keine simple Möglichkeit mehr gegeben zu erklären, warum die auf den alten Bildern zu sehen sind und auf den neuen aber nicht. Es gibt natürlich ein paar komplexere Möglichkeiten. Es könnte sich um dunkle Supernovas handeln. Davon habe ich in Folge 544 ausführlich gesprochen. Das sind Sterne, die so massereich sind, dass sie quasi direkt zu einem schwarzen Loch kollabieren. Die haben gar keine Chance, bei einer Supernova hell zu explodieren. Wir wissen, dass es sowas theoretisch geben kann. Wir wissen aber auch, dass sowas sehr, sehr selten sein muss. Mehr als 5000 solcher dunklen Supernovae in den letzten Jahrzehnten, das ist definitiv zu viel. Es kann auch sein, dass der Gravitationslinseneffekt verantwortlich ist. Masse krümmt ja den Raum und Licht folgt der Raumkrümmung. Das habe ich schon oft erklärt. Wenn zum Beispiel jetzt von uns aus gesehen eine ferne Galaxie und ein näherer Stern genau hintereinander stehen, dann kann das Licht der Galaxie vom Stern so gekrümmt werden, dass uns mehr Licht erreicht, als uns eigentlich erreichen würde und dass die Galaxie deutlich heller erscheint, als sie eigentlich ist. Wenn sich der Stern, die Gravitationslinse, dann ein kleines Stückchen bewegt hat, ist alles wieder normal und die Galaxie verblasst. Und wenn man das aufnimmt und die Galaxie weit weg ist, dann kann auch eine Galaxie punktförmig wie ein Stern ausschauen. Also so wie ein Stern, der in der einen Aufnahme da ist, aber in der anderen weg. Ja, sowas gibt, sowas haben wir schon beobachtet, aber wir wissen normalerweise dann auch, dass es ein Gravitationslinseneffekt ist. Das können wir erkennen. Was ist mit Aliens? Die sind natürlich auch als Erklärung angeführt worden. Ja, theoretisch kann man sowas wie eine Dyson-Sphäre bauen, eine Hülle um einen Stern herum, damit man dessen gesamte Energie nutzen kann. Und wenn ich sage theoretisch, dann meine ich, dass wir uns sowas vorstellen können. Nicht, dass wir auch annähernd in der Lage wären, das zu tun oder wüssten, wie man es tut. Und abgesehen davon, dass so eine Dyson-Sphäre auch nicht unsichtbar ist, wäre es schon ein bisschen überraschend, wenn da gleich ein paar tausend von den Dingern in den letzten Jahrzehnten fertiggestellt worden wären. Am wahrscheinlichsten ist es, dass es sich bei den verschwundenen Sternen um Sterne handelt, die sehr stark veränderlich sind. Also Sterne, die damals gerade extrem hell waren und später dann extrem dunkel. Es gibt ja wirklich viele Sterne da draußen und wir wissen bei den allermeisten von ihnen kaum Details, weil wir schlicht und einfach nicht alle im Detail erforschen können. Es kann also gut sein, dass wir jede Menge veränderlicher Sterne noch nicht entsprechend registriert haben. Wir können also davon ausgehen, dass diese verschwundenen Sterne in Wahrheit gar nicht verschwunden sind, sondern dass sich ihre Helligkeit stärker verändert oder dass sie sich vielleicht doch viel, viel schneller bewegen, als wir das mitgekriegt haben. Was jetzt nicht heißen soll, dass dieses ganze Vasco-Projekt Zeitverschwendung ist. Ganz im Gegenteil. Gerade wenn wir etwas wirklich Neues entdecken wollen, müssen wir solche groß angelegten Datenvergleiche durchführen. Irgendwann wird vielleicht einmal ein Stern verschwinden, bei dem wir das wirklich nicht mehr erklären können. Und dann wird es spannend.